Eieieiei, was geht heute ab und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA. Wir versuchen es noch mal heute. Wie warum muss diese Randale doch zu schaffen sein? 25 Kills müssen wir machen. Ah ja, hau ab von mir. Oh Mann, mit deinem Scheiß-Ding muss ich da doch quälen. Egal mit welchem Wagen. Egal mit welchem Wagen. Wo kommt dieser Scheißpanzer angelaufen? So, der ist tot. So, der ist tot. Jawohl. So, der ist kaputt. Jawohl. So, der ist kaputt. 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 Das ist ein scheiß Panzer. Ich hoffe, ich bin im komischen Winkel da. Wo sind die beiden? Der Panzer kann mir gerade von hier aus diesen Winkel nix anhaben. Der Panzer ist weg. Sauber. Kommt man da. Ich halte mir zur... 2... 1... It's cool. Nein, was? 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 Der hat dich glückteamer ausgeschaltet. Wieso? Was zur Hölle? Wievoll muss ich machen? Jetzt haben wir bitte nicht... Neu... Ach, 35. Wegen 2 von dir. Fuckin. Okay, dann weiß ich jetzt wenigstens was Sache ist. Okay, dann weiß ich jetzt was Sache ist. 10 habe ich jetzt mittlerweile. Also 35 müssen wir machen. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Das war einfach zu viel. Okay, dann weiß ich jetzt nicht mehr. 35, 20 haben wir. Let's go! Take cover! Is this the best the US military has to offer? Burt fuck with me! You piece of shit! Uniform man! Ah! Ich muss den Panzer verkriegen. Ich leck mich doch. Ich glaube, ich habe den Panzer weg. Merkst du nicht? Ah ja, jetzt schack mich, ich habe wieder bescheißen. Halle, komm. Jetzt ist er weg. Ich kriege sie nicht weg. Leck mich doch am Arsch. Ich habe keinen Bock mehr. Mann, das geht mir auf Sack, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich sie nicht runterkriege. Tut mir leid. Fehlgeschlagen hat sich hängen in dieser Scheiß-Missionen. Jetzt gerade fällst du oder was? Ja, nimm deine. Oh Mann, hau doch mir genau mich rein. Nee, du Mist gebohrt, Alter. Ja, fuck you, fuck you, fuck you. Liegt, was da liegen, Mist gebohrt, Alter. 14, so. Jetzt probieren wir den Panzer, ne? Ja, so. Oh Mann, hau doch. naja jetzt mit dem panzer von der seite jetzt ist er weg so haben wir nichts mehr so noch für drei sekunden haut kommt doch her mit den leute lasst euch zeit so jetzt endlich gott sei dank geschafft war was alter verwalter alter verwalter was meine wüste radale hier gott sei dank haben wir das mal auf die reihe bekommen endlich hat aber lang genug gedauert muss ich sagen so haben wir noch eine weitere randale da unten in der fuß in der stadt wir bräuchten ein auto jetzt im idealfall klauen wir einfach militär aber nein wir brauchen kein zum militärkamm nehmen wir uns wenn wir einfach nur schreifenwagen der jäge park noch ist das hat ordentlich gewünscht und hier so so egal Egal. Boah, was eine Mission, ey. Irgendwann ging mir das nämlich auf den Sack. Wann hatte ich nämlich versucht, noch Zeit zu sichern? Dann muss ich nämlich die Zeit absafen, nur noch, um das Ding einfach klar zu machen. So, wie das jetzt gerade mal einfach alles in Ruhe hier stehen und liegen, wo sind wir auch mal... Ich will die Randalen zusammen. Die Klickers lassen wir außen vor, aber Minutemen, das würde ich mit mir... Und die Faschensprünge, die lassen wir auch außen vor. Alles andere, äh, würde ich machen. Also, mega viel ist es auch nicht mehr bis zum Ende des Let's Place, hier, Leute. So, hier... Brauche ich nicht. Der soll ja irgendwie gefangen werden. Den müssen wir dann wieder irgendwo hinfahren, oder so, da habe ich keinen Nerv zu jetzt. Und wir müssen noch nicht alles machen. Also, was heißt, wir müssen nicht alles machen? Wir machen, sobald... Natürlich, klar, aber wir alles noch eine Mission. So, 1,3 Kilometer haben wir noch. Boah, Alter. Die müssen ja noch Nerven gekostet. Die hat richtig Nerven gekostet. Ja, nehmt mir die Vorfahrt weg, du vollidiot. So, gleich passieren wir schon, Heli-Wick-Hauer. Glücks. Okay, klaut ab. Gut, und die nächsten Randale-Teile machen wir dann im nächsten Part. Weil jetzt Play GTA V, würde ich mal sagen. Weil die hat jetzt auch wieder ein bisschen was gefressen an der Zeit. Und so viel wollte ich nicht machen. Vielleicht schaffen wir dann jetzt auch zwei Randale nochmal in... in kurzen. Naja, bis dann. Und ciao. Ciao.